Heute geht es um die Top 3 Pitch-Tipps. Die drei Tipps werden dir helfen in Zukunft keine Fehler mehr bei Annäherungsschlägen rund ums Grün zu machen. Mein Name ist Philipp von einfach besser golfen und solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst und gleich nebenan auf die Glocke klickst, um in Zukunft kein weiteres Video mehr zu verpassen. Heute geht es eben um die Top 3 Pitch-Tipps. Nummer 1 ist das Setup. Da möchte ich dir ein paar Tricks zeigen, die dir helfen werden, den Ball sauber zu treffen. Nummer 2 ist die Dynamik, bzw. worauf du in der Dynamik achten solltest. Und Nummer 3 ist das Follow-Through oder die Endposition der Durchschwung, wie man es eben nennen möchte. Fangen wir an beim Thema Setup. Top 3 Pitch-Tipps. Beim Setup ist mir ganz wichtig, öffne die Schlagfläche. Lass die Schlagfläche ca. 30 Grad nach rechts schauen, um den Ball sehr hoch zu spielen und lass die Schlagfläche ca. 10 Grad nach rechts schauen, um zumindest den Bounce ein wenig einzusetzen und eine normale Höhe zu bekommen. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, je mehr du die Schlagfläche nach rechts verkanntest oder nach rechts aufmachst als rechtsspielender Golfer, desto höher fliegt der Ball. Bei einem normalen Pitch-Schlag, bei einem normalen Annäherungsschlag, würde ich empfehlen, die Schlagfläche ca. 10 bis 15 Grad zu öffnen. Sollte er besonders hoch gehen, dann natürlich würde ich empfehlen, die Schlagfläche ca. 30 Grad zu öffnen. Öffnest du die Schlagfläche, und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt im Setup, solltest du bitte auch deinen Stand öffnen, um den Ball nicht nach rechts zu schlagen als rechtsspielender Golfer. Denn über 80% der Richtungen, sagt man, entfallen auf die Schlagflächenstellung im Treffmoment. Und zeigt die Schlagfläche im Impact im Treffmoment nach rechts, dann musst du irgendwas machen, um das Ganze zu kompensieren. Und die meiner Meinung nach beste Lösung ist eben, den Stand zu öffnen. Das heißt, was ist ein offener Stand? Der linke Fuß wird einfach ein wenig nach hinten versetzt. Und das wiederum entspricht auch der Natur der Menschheit mehr oder weniger. Denn wenn du einen Ball Richtung Ziel werfen würdest, dann würdest du dich wahrscheinlich genau so hinstellen. Und keinesfalls auf die Idee kommen, den Ball so zu werfen. Denn dann würdest du dir selbst im Weg stehen. Und dementsprechend, aus diesen beiden Punkten ist es ganz, ganz wichtig, den Stand zu öffnen, den linken Fuß ein wenig nach hinten zu nehmen. Wir sprechen von ca. 20 bis 30 Grad. Der nächste Punkt, der enorm wichtig ist, ist der Schaft-Lean. Das heißt, wie der Schläger Schaft im Raum steht. Der sollte nämlich senkrecht nach oben schauen. Und keinesfalls möchte ich, dass der zu weit nach vorne lehnt. Denn damit würde der Schläger Richtung Boden hacken. Der Schläger würde im Boden hängen bleiben. Und dementsprechend könntest du den Ballflug nicht mehr kontrollieren. Das heißt, schau wirklich bitte beim Pitch, dass der Schläger Schaft senkrecht nach oben schaut, um eben den Schläger über den Boden gleiten zu lassen. Oder, anders erwähnt, um eben den Bounce des Schlägers einzusetzen. Der Druck sollte im Setup ca. 60 bis 70% am vorderen Fuß sein. Das ist für uns rechtsspielende Golfer der linke Fuß. Und der beste Trick, unter Anführungszeichen Trick, ist der, dass du den Ball eben nicht von gerade oben ansiehst, sondern bitte von links. Denn damit bringst du intuitiv dein Sternum, Schwungzentrum oder Brustbein nach links und der tiefste Punkt des Schwungbogens wandert nach links. Und das ist ganz, ganz wichtig für einen guten, sauberen Ballkontakt. Kommen wir nun zur Dynamik. In der Dynamik, beim Wegnehmen, ist mir nur eine Sache enorm wichtig, nämlich die, dass die Schlagfläche bitte in Position bleibt. Oder, anders erwähnt, ich möchte sie keinesfalls schließen sehen. Schaut dann so aus. Aus der Sicht down the line hätte ich gerne, dass die Schlagfläche in dieser Position bleibt. Ich hätte gerne, dass der Schlägerkopf im Verhältnis zu den Händen nahezu gleich ist oder dass der Schlägerkopf, anders ausgedrückt, genau vor den Händen ist und dass die Leading Edge, die vordere Kante des Schlägers, keinesfalls, wie im langen Spiel vielleicht gewünscht ist, zu sehr nach unten schaut. Denn damit passiert eines, im Impact kommen die Hände vor den Ball und damit setze ich meine Leading Edge ein. Der Schläger wird eher hacken und wenig rutschen. Was im langen Spiel nicht schlecht ist, ist im kurzen Spiel leider ein absolutes No-Go. Also versuch bitte, dass die Hände gefühlt auch zum rechten Oberschenkel hinkommen. Keinesfalls möchte ich gerne sehen, dass die Hände sich vom Körper lösen. Denn dann steigt die Wahrscheinlichkeit enorm, den Ball unmittig zu treffen. Und wenn eines ganz wichtig ist, dann ist es die Mittigkeit des Treffers. Also versuch bitte hier, die Hände eher zum rechten Oberschenkel zu führen, indem du gefühlt einfach nur deine Arme an den Körper drückst. Das heißt, deine Achselhöhlen links und rechts werden geschlossen und deine Achselhöhlen bleiben bitte geschlossen. Den ganzen Aufschwung über. Denn nur so bringst du den Schläger in eine gute neutrale Position. Das Gewicht sollte bitte auch beim Ausholen immer zu 60 oder 70 Prozent am vorderen linken Fuß für uns rechts spielende Golfer bleiben. Und der letzte Punkt ist nun der Durchschwung. Und beim Durchschwung geht es darum, dass die Schlagfläche offen bleibt, indem deine Hände, und diese Sicht kann man es wieder ganz gut erkennen, nach innen links ziehen. Würden die Hände, pass genau auf, nach vorne, nach außen rausrücken, was passiert mit der Schlagfläche? Sie schließt. Und durch diese geschlossene Schlagfläche wird der Ball nach links weggehen, nun auch, wenn 80 Prozent der Richtung auf die Schlagflächenstellung entfallen. Und zweitens wird deine Leading Edge den Bodenkontakt bestimmen. Und dementsprechend wird dein Schläger mehr hacken und weniger rutschen. Das heißt, versuch wirklich, dass deine Hände nach links innen ziehen und dass dein Schläger square oder gerade bleibt. Denn wenn man eben bedenkt, dass die Schlagfläche zu 80 Prozent der Richtung verantwortlich ist, dann ist es umso wichtiger, die Schlagfläche gerade zu halten. Und vielleicht ein letzter kleiner Punkt, den ich persönlich noch ganz wichtig finde, wäre der, dass du eben versuchen solltest, dein Finish tief zu halten, denn dadurch bist du gezwungen, weit genug auszuholen. Immer wieder sehe ich den Fehler, dass Leute kurz ausholen, weil sie einfach nervös werden bei so kurzen Schlägen und dann den Schläger beschleunigen. Das heißt, der Aufschwung ist eher kurz, der Durchschwung eher lang. Durch das das allerdings die Hände anziehen, passiert folgendes, der Schlägerkopf bleibt hinten, und die Hände ziehen nach vorne und dementsprechend kommen wieder die Hände im Impact zu weit links vom Ball am Ball an und dementsprechend wird der Schläger wiederum eher hacken und weniger gleiten. Das heißt, das Ziel sollte es sein, dass der Aufschwung lang genug ist und der Durchschwung eher kurz und links, um einen guten Kontakt zu bekommen. Das sind eben die Top 3 Tipps, was das Thema Pitchen betrifft. Und ich bin mir zu 100% sicher, wenn du diese 3 Tipps dir zu Herzen nimmst, dann wirst du in Zukunft ein irrsinnig gutes Short Game haben. Ein gutes Setup. Richtig ausholen, die Schlagfläche unter Kontrolle halten und im Durchschwung die Schlagfläche square und gerade halten. Die 3 Punkte. Beherzig diese 3 Punkte bitte und du wirst in Zukunft ein super Short Game haben. Schauen wir uns das Ganze nun an. Stand offen, Ball von links anschauen, Schlagfläche leicht öffnen, Schlägerschaft senkrecht nach oben. Gewicht bleibt oder Druck bleibt im Aufschwung links, Schlägerkopf vor den Händen, die Arme zusammen, Körper dreht weg, Schläger bleibt offen und im Durchschwung ein kurzes Finish, flach und links. Denn damit bleibt die Schlagfläche offen. Finesse Sweatshut ist vielleicht ein anderer Ausdruck für diesen Schlag. Darüber habe ich schon einmal ein Video gemacht, das möchte ich oben jetzt ganz kurz verlinken. Da geht es um den Unterschied zwischen dem Finesse Sweatshut, dem kleinen Pitch, den Annäherungsschlag aus 20 oder 30 Metern im Vergleich zum Distance Sweatshut. Denn aus 50 oder 60 Meter muss ich komplett was anderes machen. Abschließend möchte ich mich wahnsinnig bei dir fürs Zuschauen bedanken und ich hoffe, dass du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Abonnier bitte meinen Kanal und klick auf die Glocke, um in Zukunft kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, ein schönes Spiel. Ciao.